So, werte Geist und Geiserinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play WoW Legion PvE. Wir leveln weiter mit unserem Paladin in WoD. Ja, schöne Sache und wie immer ist es ein Themenpart, Freunde. Und ich habe mir überlegt, wie ich das Ganze mal anfange. Denn es ist tatsächlich so, ihr wisst es, ich mache momentan eine rein schulische Ausbildung. Ich bin momentan damit beschäftigt, im Grafisch-Design-Assistenten-Bereich ein bisschen zu wildern. Und bin da jetzt im letzten Jahr, habe das Ganze auch bald fertig. Und ich habe immer nie wirklich daran geglaubt, dass es massiv umgreifende oder um sich greifende Probleme und Unterschiede gibt. Tatsächlich zwischen Gymnasium und unteren Schulformen, zwischen Studium und direkter beruflicher Ausbildung. Und ich wollte hier im Rahmen dieses Videos einfach nur mal festhalten, sollte meine Klasse ein soziales Experiment sein. Ich habe es gewusst, ich habe es geahnt. Okay, alles gut. Ich fange mittlerweile an, zusammen mit meinem Cousin. Wir haben beide vorher studiert, haben festgestellt, das ist irgendwie nicht so das, was wir uns vorstellen. Und versuchen jetzt irgendwie in dem Bereich, in dem wir mal gehen wollen, zunächst erstmal einen Wisch zu bekommen. In Deutschland braucht man für alles einen Zettel, man braucht für alles irgendeinen Nachweis, dass man zumindest irgendwie in dem Bereich was gelernt hat und von wem geprüft wurde. Und dann kann man da irgendwie weitermachen. Deswegen machen wir das momentan. Und es kommt einem wirklich vor wie so eine andere Welt, wie so ein Schlag ins Gesicht. Wer auf Twitter oder Facebook folgt, der weiß, ich poste da schon die ein oder andere Perle. Mittlerweile habe ich angefangen, die schönsten Sachen aufzuschreiben. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch, aber das schreckt vermutlich viele ab. Dann haben wir noch mehr Arbeitslose in Deutschland, weil keiner mehr sich traut, in der Berufsschule zu gehen. Und insofern wollte ich das einfach mit euch teilen. Mir ist aufgefallen und das hängt auch damit zusammen, dass viele Leute einem das nicht glauben. Dass viele Leute glauben, ich verarsche die, wenn ich das erzähle. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt eben in diesem Jahr auch angefangen habe, einfach das Beste mitzuschreiben. Und ich sage mal so, die Blöcke sind voll. Die Palmen sind Gold, die Blöcke sind voll. Alles hängt hier irgendwie zusammen. Und genau darüber wollen wir mal reden. Ich bin froh, dass viele von euch bisher geschrieben haben, dass es bei ihnen völlig anders ist. Ja, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Aber, ihr werdet sehen, es ist nicht immer so. Ich fange einfach mal mit einer Perle von heute an. Jeder Tag ist so, man kommt da eigentlich rein und denkt sich, heute kann eigentlich nichts passieren. Und man wird immer wieder aufs Neue enttäuscht. Kann sein, dass ich jetzt gleich ein bisschen klinge wie Mario Barth. Ich bitte, das zu entschuldigen. Es fing heute an. Wir haben Kunstgeschichte zum Beispiel, um eben so ein bisschen über die Epochen Bescheid zu wissen. Um eben verschiedene Design-Elemente kennenzulernen. Und das, was eben zu den entsprechenden Epochen schick war. Um auch unter anderem, wenn du eben einen Auftrag kriegst, wie Design mal was für den und den Opern, weil das du dann eben weißt. Ja, im Barock und so weiter, wo sowas hart gefeiert wurde, war das und das eben möglich. So von mir aus jetzt protzige Elemente oder eben sehr nobel, ne, rote Farben, was weiß ich nicht alles. Ja, nur mal jetzt ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Und da analysieren wir eben Bilder. Ja, und es ist so ein gewisses Level, ähm, ich will nicht sagen der konstanten Dummheit, die sich breit macht. Denn komplett dumm ist eigentlich kein. In meinen Augen, ihr wisst, ich bin da eigentlich, oder versuche da möglichst tolerant zu sein. Deswegen tue ich mir eigentlich ein bisschen selber weh, aber ich brauche dieses Video auch als Therapie. Ähm, es macht sich, man fühlt sich manchmal einfach verarscht. Ja, deswegen hoffe ich, dass am Ende einige ihren Latexmasken abziehen und es ein weiteres soziales Experiment von Sophia Tomala ist oder so. Und, äh, war folgendes Bild. Und, äh, es ging dann eben darum, analysiert, analysiert das mal normal, wie man es von der Schule früher kennt. Angucken, Text, Bild angucken und dann sagen, ja, so und so sieht das aus. Und, ich sag mal, ihr erkennt, denke ich, schon, so wie jeder normale Mensch, eigentlich, ich bin auch nicht gläubig, aber ich erkenne da schon was drauf. Ja, und, äh, ich zitiere jetzt wortgemäß die Mitschülerin, die dran war. Also, der eine Mann gibt der Frau da irgendwas. Der eine Mann gibt der Frau da irgendwas. Freunde, ich bin nicht gläubig, ich bin der letzte gläubige Mensch. Also, nicht der letzte, ne, ich bin der letzte, der ein gläubiger Mensch ist. So, klingt auch wieder falsch, ne. Ich bin nicht gläubig, leckt mich. Aber ich erkenne Jesus fucking Christ, Mann. Der gibt, so, das, sowas bringt mich zur Verzweiflung. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Das merkt keiner. Das denken alle, ach ja, passiert. Die Lehrerin so, das ist Jesus. Und ich so, ja, wie, das ist Jesus. Und das ist jetzt okay, dass das nicht erkannt wurde, oder was? Ich verstehe, das ist nur mal so, einfach eine Spitze von einem so riesigen Eisberg, der hätte fünf Titanics versenken können. Titaniken, die Chroniken von Titaniken, was weiß ich nicht. Wie, wie das heißt, mit dem Löwen, Aslan, Narnia, Titanic, alles dasselbe. Und wer jetzt weiß, worauf ich hinaus wollte, alter, schreibt mir das, ich weiß es selber nicht. Und das ist das Schlimmste eigentlich. Nice, der Gron, der sich hier portet, dass es so hingenommen wird, dass es normal ist. Mitten im Unterricht stehen Leute auf, gehen zum Waschbecken. Und kennt ihr noch früher aus den Kunsträumen, diese räudigen Waschbecken, wo alle ihre Farbe reingekippt haben? Dass die Scheiße erst mal gestunken hat wie sonst was? Da gehen die vor und waschen da ihr Gesicht mit dem Unterricht, ohne was zu sagen. Steht man auf, wäscht sein Gesicht und setzt sich wieder hin. Freunde, das sind meiner Meinung nach alles Probleme, die sich mit guten alten Mobbing lösen lassen. Aber dadurch, dass die Minderheit so denkt wie ich, dadurch, dass die Mehrheit so drauf ist, fällt das nicht auf. Das wird als normal angesehen. Da wird nichts, gar nichts, wird gesagt, dass Jesus Christus anscheinend eine Frau ist und dass man den auch nicht erkennt, trotz Rosenkranz. Das ist okay, wenn man im Unterricht einfach aufsteht und sich anfängt, das Gesicht zu waschen. Das ist okay, wenn sich Leute vorstellen und auf einmal Sätze bringen wie, Ja, ich war in einer Klasse, die hatte Tierennamen, ich durfte die Lehrer duzen und ich war der einzige Nichtbehinderte in der Klasse. Freunde, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Ich wiederhole es auch nicht nochmal. Von mir aus, skippt zurück. Das war die Vorstellungsrunde. So, ich beginne zu verstehen, warum wir Ausbildungsprobleme haben in Deutschland. Warum Betriebe sich anstellen. Warum man wirklich sein Abi einfach machen sollte, um irgendwie eine Message zu senden in jeder Bewerbung. Was ihr da macht, ist scheiße. Ja, Freunde, macht euer Abi. Macht es, holt es nach. Ich kenne viele Leute, die es jetzt auch nachholen. Es ist einfach so ein, Abi ist, ich sag ja auch immer, Abi ist meiner Meinung nach jetzt kein Stempel irgendwie dafür, dass man jetzt unbedingt viel schlauer ist, dass man was besser weiß oder so. Aber man lernt im Abi andere Arbeitsmethoden. Man lernt im Abi mit Dingen umzugehen, die komplexer und schwieriger sind. Und es ist zumindest ein Stempel dafür, dass man nicht völlig bescheuert ist. Und danke Deutschland, dass wir an so einer Position angekommen sind. Was ist mit dir? Du hast richtig Bock hier rumzufliegen auf deinem Panther. Ja, nimm auch den einzigen Mob, der entkommt. Genau, immer wieder. Wir nehmen nur den. Wir nehmen nur den, ne. Die Frau greift den irgendwie an. So, Bildanalyse fertig. Freunde, es ist so schlimm, ne. Es ist so schlimm. Da wird gefragt. Das ist, wie gesagt, kein Joke. Das ist einfach nur eine Spitze. Jeden Tag. Jeden Tag könnte ich ein Buch schreiben. Das ist kein Witz. Da wird gefragt. Da schreiben wir einen Satz auf irgendwas mit Komplexität. Da wird gefragt. Also die Banknachbarin wird gefragt. Komm oder Komplexität? Komplexität. So. Wo man eigentlich schon sagt. Lustig. Sagt sie? Keine Ahnung. Sagt sie? Keine Ahnung. Komm oder Komplexität? Freunde. Das kann doch. Alter. Ist das real? Ich weiß nicht. Ist das real? Ich habe keine Ahnung. Freunde. Da sind wir in Wirtschaft bei Distributionspolitik. Ja. Das ist schon mal ein Wort. Ich glaube, das kennen viele gar nicht mehr. Oder haben es noch nie gehört. Kann auch sein. Da wird erklärt. Da erklärt unser Wirtschaftslehrer was darüber. Da wird sich gemeldet. Weil er sagt immer, wir sollen Fragen stellen, wenn wir sie haben. Da meldet sich. Müsste meine Klasse hatte Tiernamen. Und sagt sinngemäß. Da fällt mir ein, lebt der Erfinder des Rasenmeers noch. Freunde. Ich gucke mich um und sehe keine entsetzten Gesichter. Da wird sich stattdessen gefragt. Gute Frage. Das ist aber eine normale Frage. So was zu fragen, während was anderes erklärt wird. Wo? Äh. Rettet mich. Es ist, ihr müsst zugeben, es ist irgendwo natürlich ein Bildungs- und Kulturschock. Und in den ersten Jahren in solchen Fächern wie Deutsch und Sozi und so weiter. Da mussten wir natürlich nicht einmal lernen, weil es nicht Bullshit ist, aber eben einfach. Wie Fick. Ja. Kann man nicht vergleichen. Vielleicht neunte Klasse, Gymnasialstufe oder so. Ja. Aber. Dass es so ein Kulturschock ist. Alter. Ich guck mal, ich blätter grad noch. Ja. Wer kennt ihn nicht, berühmten Maler? Michael Angelo. Michael Angelo. Ne. Der Typ, der die Sextinische Kapelle gemalt hat. Ja. Das sind alles Zitate grad. Ja. Das ist wie Wählen zwischen Pest und Colerta. What the fuck ist Colerta, Mann? Ey. So was wird rausgehauen. In einer Überzeugung. Und Freunde. Gebt euch. Keiner. Merkt es. 20 Leute in einem Raum. Ihr und noch ein Typ, der klar sieht. Und der Rest denkt sich, oh ja, Colerta. Lustig. Normal. Cool. Wollen wir nachher ein Eis essen gehen. In einer Milchbar oder im Literaturcafé mit Dörte. What the fuck? What the fuck? Vielleicht tue ich Menschen grad Unrecht, Freunde. Aber ab einem bestimmten Punkt kann ich einfach nicht mehr. Ich sag's immer wieder. Toleranz ist schwierig. Und Toleranz ist auch keine Akzeptanz. Man muss den Unterschied kennen. Aber da reden wir nicht schon wieder drüber. Guck die South Park Folge mit Mr. Garrison. Ganz großartig wird's da erklärt. Aber das ist, das, das, das muss doch, sind wir, das muss doch schon wehtun teilweise, oder? Also es ist wirklich so, das sind ja zwei einzelte Beispiele. Ihr müsst euch wirklich geben, das alles jeden Tag. Auf diesem Level. Und, boah, boah, Digga, da fällt mir gar nicht mehr viel zu ein. Da fällt mir einfach gar nicht mehr viel zu ein. Ich guck grad nochmal, was ich noch so habe. Ja, Frage, bei Jesus Christus, ne? Da ging's ums Christentum, Überraschung. Kannten einige, war ich begeistert. Da kam die Frage, schreibt man christlich mit K? Schreibt man christlich mit K, Freunde? Das, ne, nein, schreibt man nicht. So, muss ja auch mal gesagt werden, ne? Ist ja normale Frage, oder? Wenn man so auf die 20 zugeht. So, wer ist Jesus Christus? Schreibt man christlich mit K? Warum kaufe ich das zurück? Weil's noch nicht im Transmog-Lager-Kack hier drin ist. So, wir machen das mal fix hier. Freunde, sowas macht mich fertig. Wie gesagt, also, ich versuche Menschen nicht unbedingt an Bildungssystemen und sowas zu beurteilen. Da hat man vielleicht teilweise auch gar keine Schuld. Dann fehlt man wegen Krankheit. Dann ist das System auch nicht mehr zeitgemäß, das wir haben und so weiter und so fort. Aber, ich finde gerade so Sachen wie Allgemeinwissen, finden viele nicht wichtig. Ja, ich bin auch scheiße in Geo. Von mir aus weiß ich gerade so, wie viele Bundesländer wir haben. Ja, 17 mit Mallorca, Lel. Aber, so, so gerade so Allgemeinwissen und so weiter, das zeigt ja, dass man zumindest in der Lage ist, was sich zu merken, sich was zu merken, was zu verarbeiten. Ja, und eine Menge Wissen zeigt einfach, dass man zuhören kann, aufnehmen kann, verarbeiten kann und das dann auch noch wiedergeben kann. Und das sind Sachen, die setze ich zum Beispiel für normales Gespräch voraus. Und jetzt gebt euch aber, wenn jemand von euch Arbeitgeber ist, ne, der zittert jetzt. Wann kommen die? Wann kommen die? Wann mache ich hier dicht? Wann nehme ich die Bewerbungsanzeigen raus aus der Zeitung? Äh, äh, das ist so ein, so ein, ich weiß nicht, ist das, ist das jetzt nur ein lokales Problem? Liebe Berufsschüler, haut mal raus, sagt mal an. Ich hoffe, dass es so ist, ja. Ist, wird die nächste Generation, was soll das auch werden, Freunde? Also, wenn ich mir auch vorstelle, äh, gerade so dann Designassistenten, sollst du eine Vorlage machen für irgendeine Messe, schreibst christlich mit K und unten machst du eine Frau hin, ne, ist zufällig Jesus. Naja, warum hängt die Eich am Kreuz? Keine Ahnung, ja. Ah, Freunde, ich kann gar nicht mehr, ne, es ist wirklich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Dann, dann gibt es, äh, ich sag's den Kunstfreund, es gibt einen sogenannten Achtkopfkanon, das ist einfach eine Einteilung für die Körpergröße, ne, so dass man quasi den Körper so zeichnet und so misst, dass der Kopf achtmal in die Figur passt. So, dann gab es heute eine neue Zeichenrichtung, eine Stilrichtung, ja, äh, Manierismus, und da war diese Proportion verschoben, diese normale Achtkopfkanon-Proportion, wie man sie kennt, war verschoben. So, da sagt die Lehrerin, äh, das ist größer, da passen mehr Köpfe rein. Wie viele? Acht Köpfe ist zu wenig. Wie viele? Es wird sich gemeldet und mit einer Überzeugung gesagt, sechs, 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 das ist was, was deine Eltern lieber nicht gehabt hätten. Alter, das, also, oh, das sind so, und ihr müsst euch ja geben, dass sowas, da lacht keiner. Da lacht keiner, das wird als normal angesehen, die Lehrer sind so, die facepalmen hart mittlerweile, oder lachen so richtig verzweifelt, so eine kranke, verzweifelte Lache, wo ich denke, ich sehe sie doch, gucken sie zu mir, ich sehe das auch, oder ich höre das auch, ja. Und du hast keinen, die Leute sehen das als normal. Da wird erzählt, dass ja mittlerweile alles abgehört wird. Beispiel, Beispiel von einer anderen Klassenkameradin, war mit ihrer Mutter Döner essen. So, und, äh, oder hat mit ihrer Mutter telefoniert, wegen Döner essen. Und auf einmal haben sie sich doppelt gehört. Auf einmal hat sie sich doppelt gehört. Und da wusste sie, sie wird jetzt abgehört, und alle wissen jetzt, was sie für ein Döner mit ihrer Mutter isst. Die Option, dass irgendwer Lautsprecher anhatte, dass die Mutter nicht so technisch versiert ist und Lautsprecher angemacht hat, oder irgendwas zunächst erstmal normales zu denken. Ja, nicht, dass man beim Döner essen abgehört wird. Nee, man hat sich plötzlich doppelt am Handy gehört. Man wurde abgehört. Da wird nicht gegen argumentiert. Da wird nichts gesagt. Ich werde mich hüten, mich dazu erheben. Holy shit. Da wird man applaudiert, da wird man sagt, boah, das ist ja schlimm, ist ja mittlerweile überall der NSA und so, ne. Mich wundern, dass die NSA sagen und ich NASA oder so. Heilige Scheiße, Freunde. Ich weiß nicht, was mit Deutschland passiert momentan, aber ich bin nicht mehr gespannt. Ich finde es auch nicht mehr interessant. Ich habe dolle Angst vor den nächsten Jahren, was uns erwartet. Und ich bin dankbar für jeden fleißigen, asylantragenden Arbeiter, der uns mit den Idioten nicht alleine lässt. Ich glaube, Sieber hat das auch mal so schön gesagt, ne. Oh, Freunde, schlimm. Ich werde abgehört beim Döner essen. Wie oft denken sich Geheimagenten, Fakta bestellt, wie die wären Döner in Deutschland, ne. Ruckzuck müssen wir handeln. Ruckzuck abhören. Und damit die das merken, hören die sich auch noch doppelt, weil wir zu bescheuert sind, das dann richtig zu machen. Vor allem, die Leute sind immerhin nett. Die Leute sind immer hilfsbereit untereinander, ja. Es ist ja nicht so, als wären das nur rotzenblöde Asis. Das zum Glück nicht, ne. Die können auch was. Viele von denen können auch zeichnen. Das ist auch eine tolle Sache. Aber ich finde, das geht doch so nicht. Da ist es auch ein Problem. Wenn es nicht bei den Menschen ist, dann ist es doch aber jetzt allerhöchste Alarmzeit, in unserem Bildungssystem mal was zu machen. Das ist doch keine Art und Weise. Freunde, da wird aus Spaß, aus Spaß wird da bei geschichtlichen Aspekten im Deutschunterricht, Propaganda, Werbungsbezug und so weiter vom Dritten Reich, wird aus Spaß der Hitlergruß in der letzten Reihe gemacht. Mit dem falschen Arm. Und man weiß auch nicht, wann der Zweite Weltkrieg angefangen hat und wann er endet. Gab es einen Dritten Weltkrieg, wird da gefragt. Das ist für mich nicht, das ist, ich kann nicht aufhören, weil es geht immer weiter. Das sind keine Lücken, das ist einfach nur Vakuum. Und zwar da, wo ein Hörn sein sollte. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist, das ist, das ist wie gesagt keine Fiktion. Das ist kein Witz. Das habe ich jeden Tag. Das habe ich jeden Tag. Ja, meine Cousine besucht eine ähnliche Klasse. Mit einem anderen Studienfach. Allerdings eben in einem anderen Bereich. Ja, im medizinischen Bereich. Und da gibt es Ähnliches. Ja, also das ist kein Einzelfall. Nur mal so ein kleiner Erfahrungsbericht. Ja, also wer jetzt so gedacht hat, oh ich mache jetzt auch mein Abi und dann ein Studium, gucke ich gar nicht rein. Versucht auf jeden Fall ein Studium. Guckt es euch an. Versucht es. Berufsschule könnt ihr immer noch. Glaubt mir das. Und macht euch bereit, Freunde. Ja, macht euch bereit. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der irgendwen verurteilt, der mit irgendwem nichts zu tun haben will, weil er jetzt von mir aus nicht weiß, was die Hauptstadt von was weiß ich nicht ist oder so. Oder der an sowas den Intelligenzgehalt eines Menschen misst oder daran, wie viele Urkunden er hat oder wie viele Big Challenge Englisch Wettbewerbe er gewonnen hat und was er für einen fucking Abschluss hat. Ja, aber das hat damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, Menschen beim Reden zuzuhören. Und da bin ich mittlerweile ganz gut, relativ schnell festzustellen, was da sich so im Hinterkopf verbirgt. Und das gibt mir zu denken. Belassen wir es mal so. Das gibt mir zu denken. Freunde, ich gucke gerade nochmal, ob ich noch ein schönes Beispiel habe, was einfach nicht zu weit auch nach oben geht. Kanon hatten wir, Frauen hatten wir. Aber, also das ist schon, Spionage hatten wir, ja. Und auch, Freunde, Cookies. Die Funktionsweise von Cookies wird euch erklärt, sobald ihr das erste Mal auf eine Seite geht. Sogar unsere Lieblingsporno-Seiten haben da mittlerweile Meldung. Cookies, Cookies, Cookies. Euch werden die schönsten Milfs angezeigt, wenn ihr die nur sucht, ja. Das ist ja mittlerweile Spionage. Das ist ja, da wurde letztens bei Fressnapf hat sich jemand Hundefutter bestellt und plötzlich war auf Facebook Werbung davon. Das ist Spionage. Das ist, also das wird hochgebauscht, dass das eine Programmfunktion ist, ja. Dass das Internet quasi mitdenkt und sich auch personalisiert auf den Nutzer, insofern man das zulässt. Das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Nein, man wird ausspioniert. Das wird böse. Das ist böse. Also, nee. Freunde, ich habe Angst vor der Zukunft. Ich trauere mit allen zukünftigen Arbeitgebern, weil ich glaube, dass das kein Einzelfall ist. Und ich weiß noch nicht, was mir mehr leid tut. Ich selber in der Situation, in diesem Konvolut irgendwie dazwischen zu stehen. Oder aber die Leute selber, die einfach irgendwie was verpasst haben. Und sei es nur, das Lernen zu lernen. Ja, da ist, glaube ich, irgendwo eine Blockade. Ich glaube, es ist für die meisten wichtiger, irgendwie auf Snapchat und Instagram die nicesten Storys zu haben. Und irgendwie der Erste beim Liken zu sein und so. Ich weiß es nicht. Kann man damit Geld verdienen mittlerweile? Vielleicht ist es so. Ja, aber es ist auch keine Art und Weise. Wo sind wir denn, Freunde? Wie gesagt, es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Gebt euch diese Gesamtheit. So, das war jetzt einfach mal einen Tag zusammengefasst. Ja, so. Das ist so mein täglich Brot, was ich zu fressen habe. Ja, und viele Beispiele, die ich so sage. Und viele wundern sich immer, wo die Sachen herkommen, die in meinem Kopf rumschwirren oder was so rauskommt. Das ist meistens einfach real. Weil es Leute erzählen und für normal betrachten. Und ich bin froh, dass die meisten von euch das auch ähnlich sehen wie ich. Und dann so ein Kommentar kommt wie, wie kann man so viel dünn verfrieden? Dann zuhören, merken, nachdenken, verarbeiten. Versuchen zu verarbeiten, auszusprechen. Ich hoffe, ihr seid nicht jeden Tag mit so viel Dünnsches umgeben. Wenn doch, Freunde, schreibt mir das gerne unten rein. Wenn ihr in der Berufsschulklasse seid, schreibt mir unbedingt bitte, ob das bei euch ähnlich ist. Ob ihr ähnliche Zustände habt oder ob ich, wie gesagt, in einem sozialen Experiment gelandet bin. Keine Ahnung, sind wir vielleicht auch in so einer ersten Inklusionstestklasse oder so. Das ist ja ein Thema, was momentan gerade im Osten Deutschlands ein bisschen rumkocht. Aber, äh, keine Ahnung. Vielleicht auch nur, um von der AfD abzulenken. Ich weiß es nicht. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat so ein kleiner Erfahrungsbericht mal gefallen. Und ihr werdet entweder unterhalten, fühlt euch jetzt besser oder schlechter. In jedem Fall habe ich sicherlich, hoffentlich, irgendwas in euch ausgelöst. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu der Scheiße denkt und wie ihr so dasteht. Und was eure Pläne sind in dem Bereich. Berufsschule? Ja, nein. Nein, danke. Ein Nosis-Feeling. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Macht es gut. Tschau-hau-hau-hau-hau.